moin leute sonntag man könnte meinen er wäre noch auf dem hänger aber es geht driften ich habe heute morgen eine nachricht bekommen dass noch ein bisschen was platz frei ist und ich nutze das jetzt aus und fahr jetzt vom nürburgring und dann drehen wir noch ein paar runden mit dem baba passat da freue ich mich drauf so aufreißen du freust dich nicht so aufklart nabisch Arkadaşlar herkese hayırlı sabahlar bugün pazar bugün sabah bir haber geldi bana yeni başlayan kişilerin antrenman yanlama şeyi var bugün oraya gideceğiz inşallah biraz geç oldu ama dedim bari öğlenden hani ikiden saat altıya kadar yapayım dedim Yakup abi YouTube videomda çıkmıyor dedin aha çıktın işte Vallahi ne yapayım abi kolay gelsin abi ben de nöbuklu'ya gidiyor bu şey yapmak için şey bunlara gerek var mı özel ön mü arka mı yapacaksın ön önler penseller ne olur abi sadece Yakup su onun kapağı aç da unutma da tamam tamam bağlayacağım abi şimdi onları kaç sene oldu benim buraya gitmeyeli en azından iki sene üç sene olmuştur benim oraya gitmediğim ben şunları bir bağlayayım ondan sonra yolcu olduğuna gerek willkommen meine Eifel es ist unglaublich Arkadaşlar Nürburgring'e hoş geldiniz gördüğünüz gibi sanki başka bir devletteyiz anasını satayım bu ne niye böyle ya bunlar hiç kar görmemiş herhalde biz de vardık sayılır birazdan arabamızı indirelim ondan sonra zevk başlasın ya biz sind jetzt gleich angekommen da es faziçahitsentrum 1 burası Nürburgring'in birkaç tane böyle araba hakimiyet için böyle kurslar veriliyor bu birinci bölüm öyle söyleyeyim biz de birazdan ikinci bölüme geçeceğiz normalde biz buraya yarış yapmaya falan geliyoruz ama onun yan tarafında da kurs yapma yerleri var ben ilk başladığım zamanlarda orada başlamıştım işte varlık sayılır ilerledim bu da bu da bu da bu da bu da bu deHey bu da 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 bu de ve gümüştere uzmanızın Bak arkadaşlar, normalerweise in der Karriere ist es der Dunlop-Virage, die hier ünlü ist. Hier ist es ünlü. Hier ist es hier. 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 Es gibt einen E36, wie Sie sehen. Wir schauen uns auch hier. Da sind noch ein paar Autos auf der Strecke. Da Mazda MX-5. Aber wir laden erst mal ab. Wir melden uns an und dann sehen wir uns auf der Strecke. Es ist ein bisschen ungewohnt ohne Zuschauer. Da kommen die nächsten angeflogen. Wir haben uns jetzt angemeldet. Jetzt fährt man auf die Street-Klasse. Ich bin auf der Strecke. Ich bin auf der Strecke. Ich bin an die Strecke. Wir sind in den Kanzler. Wir haben die Fahrrad mit dem Fahrrad zu fahren. Wir haben die Fahrrad mit dem Fahrrad zu fahren. Wir haben 20 Minuten Zeit. Wir sehen uns auf der Piste. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Schuyukaru Tarafuda, Bayabikaigun. Also da oben die Strecke, die ist echt slippy. Da muss man echt vorsichtig runterfahren. Aber hier, zweiter Gang, dritter Gang und dann pendeln bis nach oben hin. Das macht so Laune und man hat Platz. Man hat Platz, nur da oben jetzt ein bisschen tricky. Da ist er ein bisschen glatter. Ja. 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 Das ist mein Lieblingsabschnitt. Man kommt mit dem zweiten Gang rein, oder man kann auch direkt im dritten Gang schalten, muss halt nur eine bestimmte Geschwindigkeit haben und dann kann man im dritten Gang hier richtig hochziehen und dann kommen wir da oben am Kreisweg heraus. Das macht so Laune, aber ist auch tricky. Hier sind einige Flächen, die richtig schlappig sind, also richtig hochziehen und dann auf einmal wieder grip und das ist das türkische hier. Das ist das meine sehr liebige Flächen. Das ist der erste Flächen. Dann wird der dritte Flächen hierherge geklärt. Oder schaukeln? Da ist ein Kauşak. Aber der Schauke ist das. Ja, hier geht's. Hallo, ich bin der Kauşak. Wir haben hier ein Foto. Wir haben hier auch hier. Du kannst es nicht auf der Stelle gehen. Herhalde sen de New Booking hastasısın biraz, he mi? Çok zehlti ya. Çok zehlti. Valla birazcık stres olsun, atabildi. Ama burada en kötüsü bu kısmında. Bazı yerleri buz gibi. Yani baya bir kaygın. Ama bazı yerlerde öyle bir gırp var ki sanki hava yaşlı değil yani. Yani o işte biraz burayı bulandırıyor ama dikkatli yaptıktan sürece çok şükür şimdiye kadar bir şey olmadı. Fark yerlerini de göstereyim. Burası bildiğim gibi hep toz toprak. Ama yapacak bir şey yok. Bu kadar şeyi izin veriyorlar ya ona da şükür. Ama güzel, zevkli. İnşallah yakında bir Harun Taştan'la burada yanlarız. Gencay kardeşimi de alırız yanımıza. Gencay kardeşim, o da yanlamayı sever. Ben şimdi yavaş yavaş Fasat'a gideyim. Ondan sonra sıra bizde çünkü birazdan. ingsiz�� or added. completely buy building onları. Ouıııııııııııııııııııı free mystical yo leute wir haben montag ein tag später gestern ist mir leider der akku leer gegangen von meinem handy habe auch nirgendwo laden können wir sehen könnt auto stehen wieder hier ich hoffe euch hat das video gefallen würde mich freuen über einen daumen hoch abonniert das ganze wenn ihr bock hat wenn nicht ist auch nicht schlimm demnächst wird denke ich noch einiges weiteres dazu kommen ich würde mich freuen wenn ihr nächstes mal wieder einschaltet bleibt gesund